Vielleicht kennen Sie das auch, dass Sie manchmal sehr unsicher sind, dass Sie gar nicht wissen, was läuft hier, was soll ich tun, was passiert hier? Manchmal hat man das Gefühl, man redet und redet und redet und redet und redet. Man unterhält sich mit irgendjemand über irgendwas und hat plötzlich dieses Gefühl, dass man aus sich heraustritt, so und während man aus sich hinaustritt. Und denkt, was ist denn hier los? Oh Gott, wo bin ich denn überhaupt? Wo bin ich denn hingeraten? Bin ich das? Das bin ich? Ich kriege es irgendwie gar nicht so richtig mit, was ich da mache. Oh Gott, was mache ich denn überhaupt hier? Das bin wirklich ich? Komisch. Ich rede und rede und rede. Ja, ich rede immer noch. Wo bin ich eigentlich? Aber ich will zurück in meinen Körper. Ich verstehe das gar nicht. Das ist alles so komisch. Was mache ich? Ich habe Angst, dass ich nicht mehr zurückfinde. Oh mein Gott. Was ist der Anhalt denn eigentlich? Was passiert hier denn überhaupt? Was mache ich denn überhaupt hier? Vielleicht kommen sie dann wieder zurück hier in ihren Körper. Und sie stellen fest, sie reden und reden und reden und reden und reden und reden. Und vielleicht sind es andere Hände überall. Überall ist ein Teil von mir. Oh Gott, wo ist der? Ich bin gar nicht mehr, ich kriege mich gar nicht mehr richtig zusammen. Wo bin ich denn überhaupt? Ja, manchmal ist es furchtbar, wenn man so verwirrt ist. Wenn man intuitiv spürt, irgendwas stimmt ja nicht. Man redet sich um Kopf und Kragen. Und weiß gar nicht, wer bin ich? Was passiert hier? Ja, geht es sich nicht auch manchmal so? Ja, ich kenne das. Jetzt ist die Frage, möchte ich wieder zurück in mein altes Ich? Oder möchte ich raus treten und sagen, nein, ich schaue mich dieses Mal bewusst so an. Ich schaue es mal von der einen Seite an. Dann gehe ich mal um mich herum. Schaue es mir von der anderen Seite an. Bin ich das wirklich? Ja, das bin ich. Dann gehe ich mal höher, eine höhere Ebene. Und gucke dann von oben runter und denke, das bin wirklich ich? Oho, so sehe ich von oben aus. Aha, ich kann ja mal gucken. Wie sehe ich denn von unten aus? Oh, ich bin hier weg. Mich gibt es gar nicht mehr. Dann tauche ich doch mal langsam, aber sicher wieder aus der Versenkung auf. Ich kann nicht einfach fliehen. Ja, das bin ich. Was mache ich denn überhaupt so? Gar nicht mal so schlimm. Oder vielleicht ist es schlimm. Aber ich kann ja mal gucken. Ich sollte mich vielleicht mal gar nicht zu ernst nehmen. Wäre auch nicht schlecht. Ich nehme mich mal nicht so ernst. Ich rede ja und rede und rede. Ich rede mich im Kopf und Kragen und weiß noch nicht mal, wer ich wirklich bin. Der redet ja einfach weiter und redet und redet und die Endloschleife immer wieder. Tja, wäre nicht schlecht, wenn Sie auch ab und zu aus sich heraustreten und schauen, was Sie da erzählen. Vielleicht ist es manchmal ganz spannend. Vielleicht ist es einfach nur Mist. Wer auch immer hier gerade redet. Keine Ahnung. Aber Sie kennen das sicherlich. Man steht wirklich neben sich und denkt, bin ich das wirklich? Habe ich das, was ich gerade zu meinem Partner oder Partnerin gesagt habe, wirklich? Habe ich das gesagt? Habe ich das ernst gemeint? Und, dass ich sage, du vollidiot oder irgend sowas. Oh, schein wirklich ich zu sein. Naja. Wenn Sie bewusst aus sich heraustreten und mit Demut und Respekt aus sich heraustreten und sagen, was beobachte ich denn hier? Das bin ich oder hoffentlich nicht. Ist aber ein Teil von mir. Warum nehme ich den nicht ernst? Warum mache ich mich darüber ständig lustig? Wieso erlaube ich mir zu sagen, ich bin doch ein Vollidiot oder eine Vollidiotin oder was auch immer? Nein, bin ich nicht. Sind Sie nie. Wenn Sie außer sich sind, weil Sie sich aufregen und sich nicht ernst nehmen, gehen Sie mal außer sich. Das lernen Sie in diesem Kurs oder haben Sie im Kurs ja alles gelernt. Mal rauszutreten, sich und die Sachen nicht so ernst zu nehmen. Und zu sagen, okay. Wenn ich das so anschaue, einerseits denke ich, mein Gott, wie furchtbar. Das bin ich. Das ist ja ekelhaft. Vielleicht gibt es aber auch den Moment, wo Sie sagen, oh, das bin ich. Ein kleines, hilfloses Wesen, das Angst hat. Das Angst hat, vielleicht nie rauszufinden, wer es wirklich ist und um was es wirklich geht. Angst, sich nicht zu finden. Angst, nicht seinen Seelenanteil zurückzugewinnen. Vielleicht wäre es ganz gut, sich ab und zu mal in Demut und Respekt vor diesem schwer leitenden Teil zu verneigen. Und zu sagen, wow, ich habe es überlebt. Und irgendwie sogar ganz gut. Ich lebe immer noch. Ich weiß es nur nicht. Also wann haben Sie sich in Respekt und Demut vor sich, vor Ihrer inneren Hölle verneigt? Wann? Wahrscheinlich noch nie. Wenn doch, prima. Machen Sie das des Öfteren. Stellen Sie sich vor den Spiegel. Schauen Sie in den Spiegel. Schauen Sie sich an. Können Sie sich anschauen? Oder sagt eine Stimme, mein Gott, ein paar Flecken. Sind das Altersflecken? Oder Pickel? Oder bist du das? Mein Gott, siehst du scheiße aus? Oder bist du bescheuert? Ja, vielleicht denken Sie auch, Sie sind schön und intelligent. Auch schön. Auch recht. Aber wann öffnen Sie Ihr Herz für sich selbst, um in Demut und Respekt sich vor sich zu verneigen, zu sagen, mein Gott, ich habe die Hölle durchlebt. Ich bin durch die Hölle gegangen. Wann ist Schluss? Wann gehe ich da wirklich rein und durch? Ja. Vielleicht haben Sie es schon getan. Vielleicht tun Sie es noch. Stellen Sie sich ab und zu im Spiegel an. Schauen Sie sich in die Augen und verneigen Sie sich für sich. Machen Sie sich klar, was auch immer Sie bisher erlebt haben. Sie konnten es gar nie anders und besser. Und Sie haben es gut überstanden, überlebt. Und wollen Sie weiter überleben oder leben? Haben Sie alles in diesem Kurs gelernt? Ja, okay. Dann schauen Sie einfach weiter. Und schauen Sie, ob es Ihnen gelingt, sich ab und zu vor sich zu verneigen und sich klarzumachen. Mein Gott, diese furchtbaren Gedanken, die mich 24 Stunden lähmen. Wir haben zwischen 20.000 und 50.000 Gedanken am Tag. Und wie viel kriegen wir davon mit? Wahrscheinlich nicht viel. Die meisten sind Schrott und Schwachsinn. Sind auf jeden Fall nicht direkt von uns. Und all das zu durchschauen und all das zu überleben und zu erleben und eben nicht mehr überleben zu müssen. Dafür habe ich ja diesen Kurs gemacht. Und diesen Kurs, die 5 Schritte zur Behandlung von Burnout und Depression. Das haben Sie im Kurs ja gelernt und gesehen. Und Sie haben festgestellt, wow, ist das nicht klasse, was man alles tun und machen kann. Okay, wann sind Sie so weit oder bereit, sich vor Ihrer eigenen Hölle oder vor Ihrem Leben, vor sich vor allen Dingen zu verneigen und sich klarzumachen, Sie haben es verstanden. Sie haben es verstanden. Burnout und Depression war das Beste, was Ihnen passieren konnte. Oder jede andere Krankheit. Wenn Sie es gewinnbringend anwenden, um zu verstehen, dass es Signale sind, die Ihnen gezeigt haben, wie Sie mit sich umgehen, wie das Leben vermeintlich mit Ihnen umgehen ging und dass Sie einfach keine Wahl hatten, weil Sie es nicht besser wussten. Okay. Wann sind Sie bereit, sich zu verneigen? Um sich besser kennen zu lernen. Denn wenn man sich ablehnt, und das macht man immer, wenn man sich nicht kennt, haben Sie gar keine Chance, glücklich, gesund und alt zu werden. Dann soll es so sein. Okay. Also weiterhin viel Spaß bei der Arbeit mit und an sich.